willkommen zurück wir gehen jetzt in ein tropisches paradies viele erwachsene oder ja war es auf jeden fall so viele wollten immer wenn sie alt werden in einem tropischen paradies ihren lebensabend dann verbringen auf den fidschies oder so glaub das hat sich etwas gewandelt also ich will auf jeden fall nicht irgendwie nee danke ich war jetzt ein klimascheiß was die rente liebst du deine rente über auf die fidschies und drei jahre später gibt es die fidschies nicht mehr denn es schluss mit rente haben wir mitgenommen das war jetzt ein gelbes oder ein rotes level ich glaube ein rotes hätte ich mal vorher lachen sind wir gerade an rühren vorbei stop da ist auch nichts ach der wird bestimmt doch ein zweiter ausgang sein ich will in die andere richtung das bringt jetzt viel ich will in die andere richtung oder kommen sie wieder ja bringt viel glückwunsch warum sind hier unten palm das war's mit meinem joshii ähhhhh gibt's hier was besonderes neben ne feder ich hab auch nen hammersuit und nen tanukisuit den gibt's da ja der gemüse joshii geil er kann der gemüse joshii der schluckt nicht einfach jeden gegner also normalerweise wählt man ja nur panzer im maul aber er kann jeden gegner zu gemüse machen und damit wird er zu einer tödlichen waffe so jetzt gehen wir da nochmal den weg lang ja diese musik ist total tropisch und entspannend irgendwie nervt die mich so ja er spuckt gemüse ich find das geil äh da geht's doch bestimmt unten lang äh 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 okay ich wurde verarscht na gut dann gehen wir mal den ganzen weg hier durchs wasser das ist ja eklig hätten sie mal sein lassen können wupp äh 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 koopas wären glaub ich trotzdem wieder wie koopas behandelt aber alle anderen gegner sind halt gemüse jetzt gemüse oh da hätte sogar da hätte ich sogar die joshii verlieren können das wär ja unschön gewesen das wär ja kann ich da nicht einfach hoch springen doch abgekürzt dann machen wir jetzt noch die normalen aber um an den ranzukommen brauche ich äh ne feder scheiße dass mario keine feder mehr hat na gut man kann nicht alles haben also jetzt nicht aus Versehen irgendwie meinen joshii verlieren ich will den nicht jetzt nochmal holen müssen obwohl wir ja grad ein bisschen Zeit gespart haben wegs ne durch das wir da ein bisschen abgekürzt haben nein nein ich bin jetzt neun joshii meine fresse ach ich bin dämlich ich hab den blöden fisch vergessen stopp stopp ja muss ich erstmal in die eine Richtung Entschuldigung für die Verzögerung des normalen Spielablaufes. Ganz wieder hoch. Oh oh. Oh oh. Nein, Tanooki-Soot. Stopp. Da ist ja eh nur eine Blume drin. Gewesen. Kann ich wenigstens wieder fliegen. Aber den Tanooki-Soot hätte ich gerne behalten. Scheiße. Ach Gott. Hier kann ich nichts verlieren. Sehr schön. Könnte da runterfallen. Brauche ich da? Nö, brauche ich nicht. Ich brauche keinen Checkpoint. Obwohl doch. Ich nehme mir mal vorsichtshalber lieber mit. Dann kann ich mich leichter starten. Und dann habe ich es auch nicht weit zum Dings. äh, zum rosa Yoshi wieder. Na? Na? Die Schleime verhalten sich ja auch wie Koopa-Panzer. Tja, ihr unten könnt mich mal. Ne, reicht nicht der Anlauf, oder? Und so hoch kann er denn auch wieder... Das hätte mich jetzt töten können? Ui. Gemüse! Oh nein, hätte ich doch nicht töten dürfen. Stirb! Gibt es da was drin? Gibt es einen neuen Tanuki-Soup, bitte? Natürlich nicht. Warum sollte auch? Doppel! Okay, doppelt ist besser als... Einmal... Nur eine Blume. Blumen allein stinken. Ui. Wird auch oben lang. Kann er da runterfallen? Sehr schön. Lärft er mich wenigstens nicht. Stör mich nicht! Okay, in diesem Schiff war also gleich das Ziel. Ich dachte, man muss einmal durchs Schiff. Oh, wenn es so ist. So, was haben wir denn jetzt hier? Total terrific! Da gibt es bestimmt einen Stern. Äh, hätte ich das jetzt mit Dings machen sollen? Äh, 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 mit... Mit den rosa Dings? Kann ich da ran? Oh, hey! Thanks for saving me! Someone snuck up on me, knocking me out and... Ich hab keinen Bock, das zu lesen. Es ist zu... Es kann auch mal zu viel sein. Muss ich jetzt den... Kann ich da rein? Nein. Joshi kommt mit! Hm. Näh. Richtig? Tötenjagd, sehr schön. Nein. Wie muss ich jetzt... Lang? Ach! Ja, halt so. Soll mir recht sein. Lass mich raten. Ich muss... Komm raus! Wollen wir? Komm raus! Schnell, schnell, schnell! Boah, fuck, verfehlt. So funktioniert das. Was denn mit... Mit der Röhre da rechts eigentlich? Die bleiben auf den Dings. Komm, komm her! Ich will dich einfach mal von unten kaputt stampfen. Na, verfehlt. Aber klar, dass ich da rauskomme. Oh, dieses... Keine Herausforderung hier. Kann ich euch... Das ist ein... Nein. Blöden Schütze auf jeden Fall töten. Ah, ich bin zu früh. Oh nein! Hammer zu... Penner. Äh, Hammer, Browser. Aber ich hab ihn gegessen. Und da krieg ich nur wieder eine normale... Federblatt, whatever. Oh, oh. Ihr seid da ein bisschen im Weg, oder? Ah, sehr schön. Ihr seid keine Herausforderung... Ui, der war schön. Ich kann den nicht essen. Doch, kann ich! Psch. Bastard. Ich brauch einen Hinten... Äh, Hitpoint. Dings. Der hat erst mal auf die Nuss gekommen... Äh, bekommen. Der könnte mich von unten treffen. Könnte er... Tuten tun. Oh nein! Oh! Los! Kein Lakito, Alter. Nein, 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 nein. Kein Lakito. Komm her, komm her. Ich will dich essen. Nein! Nicht runterfallen. Hoffentlich kommt nicht noch ein Lakito. Oh. Komm. Da ist schon die Tür. Ich will nicht... Nein! Das ist mein... Yoshi! 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 Meins! Stirb! Blöder Boss! Warum das wieder- Gibt's hier wieder Bosse. Gibt's ja... Kann ja nicht wahr sein. Ich dachte er lässt die Bosse jetzt weg. Hat er aber nicht. Ah so, ich dachte, hier geht es schon weiter. Pipe Maze? Hätte ich das jetzt schon machen sollen? Ah, hier sind wir wieder aus dem Schiff raus. Ah. Äh, komm ich durch... Wollte grad sagen. Mini-Pilze gibt's ja nicht. So viel cool mit die ganzen Pflanzenrühren. Oh nein. Stopp! Ah, ich seh schon. Ah Mist, ich hab keinen... Ich hab... Ich hab keinen... Ich hab ja keine Feder. Oh. Welche war das jetzt? Die Ruhe? Tatsächlich. Äh, wo führt mich die ganz rechts hin? Die hier? Nach ganz oben. Hier gibt's ein Power-Up. Das ist zumindest etwas. Möchte ich doch gerne mit. So, dann war's jetzt die Röhre, die mich da hinschickt. Genau. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Eine Falle. Okay. Die Stelle mir fallen. Das tut mir nicht gefallen. Das ist einmal quer durch. Geht's nicht rein? Geht's nicht rein? Geht's nicht rein? Die große Röhre. Große, dicke Röhre. Stehenklemmen da drauf. Große, dicke Röhren. Können die auch wieder hochspringen? Oh nein. Ich bin ein Glück übergesprungen. Der ist mir auch ein Glück. Nicht. So, soll ich dich auch wieder aussuchen? Oder wie? Wo gehen wir rein? Ich bin die dicke. Hier gibt es... ...ne Blume. Wir müssen die hier nehmen. Okay, hier gibt's ja nur einen Weg. Und hier ist ganz viel Gemüse im Boden gewesen. Gibt's da? Auch wieder? Nichts Besonderes. Den hätte ich ja eh nicht verloren. Ach, hier ist gerade erst... Da, Shakepoint. Ich glaube, ich muss durch ne blaue Röhre. Tschüss. Wixen hab ich den Dings getroffen. Ich bin durch. Bin ich durch? Oder hätte ich umlanden müssen? Kann ich da... Da unten kann ich langlaufen. Das ist interessant. Stopp! Oh. Durch welche orange Röhre muss ich jetzt hier? Das ist ne gute Frage, oder? So, Helle. Näh. Was bringt mir das alles? Ah. Ich bin endlich durch. Hurra. Oh Gott. Das ist scheiße. Wow. Überrasch mich nicht. Äh. Was soll mir das jetzt bringen? Die Hölle. Wo muss ich lang? Wie bin ich jetzt da? Ah. 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 Ich hab den damit aufgehalten. Ich will das nicht einsammeln. Ach so. So, behalte ich wenigstens den Dings. Weiß ich darf jetzt wieder zurück. Hier gibt's nix. Ah. Hier ist... Ist ein Weg rüber. Ein Weg. Ja. Okay. Hier seid ihr im Weg. Sind wir jetzt mal endlich am Ziel? Selbst Dinos wären zu Gemüse. Ein Leben. Sehr schön. Wäre jetzt fies gewesen, wenn die jetzt, äh, kaputt gegangen wären und er dadurch nicht ins Ziel gekommen wären, sondern gestorben. Das kenne ich, finde ich, schon. Auch da gibt's ein. Washroom House 7. Nö. Nööööö. Wer denkt sich denn den Scheiß aus? Wer denkt sich denn den Scheiß aus? Was ist im Wasser? Ich bitte euch, nicht so ne Scheiße. Da gehen auch die Blöcke kaputt. Ich sammle jetzt erstmal das auf. Okay, hier sind nur Deko. Was ist im letzten Block? Was ist im letzten Block? Ach, da gibt's auch nochmal ne Feder. Okay. Was hast du zu sagen? Pick, äh, Pick a Box. Jetzt könnten zu... Ja, bye. Blah, blah. Was gibt's denn hier? Koopa Beach nächstes Mal. Und dann gibt's denn schon das Schloss wahrscheinlich. Naja. Also bis zum nächsten Mal. Glück auf. Euer Heid. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018